Yo Leute, was geht? Hier ist Rap News am Start und ich wollte euch mal was sagen und zwar bringt Kappi ein neues Abon raus. Er ist gerade dabei. Also es startet auch demnächst eine Promo-Phase und du kannst es auch bestätigen? Das kann ich zu 100% bestätigen. Die Promo-Phase wird einfach mies abgehen und wir waren noch drei Wochen lang nicht da. Also werden jetzt auch demnächst bald mehrere Videos kommen und das ist auch keine Lüge oder irgend sowas. Gab ein paar Komplikationen, aber die haben es sich aufgeklärt. Auf jeden Fall. Was ich noch dazu hinzufügen will, wird Kappi demnächst was raushauen. Es ist auch viel in SRZ passiert zwischen dem Brief, zwischen Fleurmann und Welsner, aber hat sich auch geklärt. Wer weiß, auf jeden Fall, was Kappi demnächst raushauen wird, das wird auf jeden Fall abgehen. Checkt euch das Video ab und peace. Ja und wie das Abon heißen wird, ich noch unklar, aber auf jeden Fall seid gespannt. Es wird auf jeden Fall auch sehr eine Mischung aus harten Tracks und soften Tracks. Und jetzt viel Spaß mit Kappi. Bam! Ich hoffe euch eigentlich gut, ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen wegen diesem ganzen Corona Scheiß und ich wollte erst mal gucken, was passiert bei den Leuten fällt die Decke auf den Kopf, genau wie mir. Alle bleiben zu Hause, aber es wird langsam besser. Ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass es bald wieder bergauf geht für uns alle und wir wieder ein ganz normales Leben führen, wie wir davor geführt haben. Ich wollte euch Bescheid geben. Ich habe lange gezögert, erst mal Musik zu machen, weil ich wollte erst mal gucken, wirklich was passiert. Aber ich muss Musik machen und ich hoffe, ihr habt auch Bock was zu hören, wieder ein bisschen gute Laune, wieder ein bisschen Selbstbewusstsein, wieder ein bisschen was anderes. Ich gebe mir Mühe. Ich wollte euch auf jeden Fall ankündigen, dass mein Album bald kommt und ich bald jetzt in die Promophase starte. Ich hoffe, ich hoffe, wir überstehen das alles und ich hoffe, es wird alles gut und ich hoffe, die Musik wird euch gefallen. Mein Album ist fast fertig und ich freue mich drauf. Berlin live, brrrrra! Kommt eine kleine Hörprobe für die Brattern zum Bratinas, weil ich alle nichts mehr gehört habe von den Brattern. Du weißt Bescheid, Berlin live, wir sind stark. Ich trage die Krone auch ohne eins live. High five auf unser Highlight. Steig ein, wir winken bye bye. High five auf unser Highlight. Ich trage die Krone auch ohne eins live. High five auf unser Highlight. Steig ein, wir winken bye bye. High five auf unser Highlight. High five auf unser Highlight. Bruder, ist schon gut, aber wo ist das alte Kapi hin, Bruder? Der alte Kapi? Wo ist das alte Kapi? Bruder, ich habe ein neues Album gemacht. Was denkst du, was kommt? Warte. Gala, weg, weg, Kapital ist weg. Dann will ich ein Feind anstöße aus dem Leimdorf. Ich bin zugekoks mit uns, nein, und dann. Und lass mir einblasen. Du musst mit deinem Unterheinschlauch. Der Paradies drauf. Gucci, Käppchen mit die, Bopper, Stütte, Sons. Und ich ficke diese Scheiß-Nazis. Das Einteste, was Kapi ficken kann, sind zwei Kappis. Auf jeden Fall wird das Album vielfältig. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich habe viel Mühe reingesteckt. Es ist noch nicht ganz fertig. Ich verfeinere noch ein paar Sachen. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass. Freut euch drauf. Ich küsse deine Augen. Ich danke euch für alles, für jeden Support. Ich liebe euch. Und ich werde euch auf jeden Fall nicht enttäuschen. Der Bratan bleibt der gleiche. Das Album wird zu krass, versprochen. Brrr.